2018 sind wir gemeinsam mit der Familie nach Russland in den Ort die Magelins gereist, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, wir haben geangelt, Karten gespielt, wir haben gekocht und so weiter. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, wie es da so aussieht und auch wenn es veraltet ist, ist es immer noch schön und die Menschen sind auch sehr nett. Musik 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 Up. Up.